Ich glaube der Typ patrouilliert da. Ja, Mann. Was Sie machen hier? Sie laufen etwas geknickt. Alles in Ordnung bei Ihnen? Sind Sie aus Großbritannien? Ihre Flagge auf der Uniform zu nachvollziehen. Und an der Seite ist die USA Flagge. Was ist los? Alter, wenn ich hier irgendwas auswähle, wieso tut sich nichts? So weit, weit. Auch schon in Russland. Also da muss doch auch... Ah, wie behindert ist denn die Steuerung? Ohne Scheiß. Ah, ich hab kein Geld. Wo ist denn der Bankautomat? Okay, Paka. Hier drüben, komm mal rüber. Hier beim BKW-Shop. Nein, du hörst nichts an. Bei dem Morgenbach? BKW-Shop hier, Klasse. Ich bin auch immer noch nicht in der Gruppe, oder? Doch. Hans, wo ist los? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Das biete ich gar nicht. Achso. Ich sagte euch, ihr werdet mir nicht angezeigt. Hier. Ja, genau. Achso, da. Ja, da. Mit Windows-Taste. Aha. Ja. So, was gibt's hier noch zum Kaufen? Lizenzen. Ah, ich brauch vielleicht einen Führerschein, sonst darf ich nicht fahren, oder könnte das sein? Ich hab einen gekauft. Schatz. Führerschein. 750. Übel. Easy peasy. Ba oder mit Karte zahlen? Ba. Da kannst du's auf einmal mit Scheiß Karte zahlen, oder was? Das hab ich mir auch gedacht. Wo ist denn dein Night Vision Goggles? Brauch ich nicht, ich hab Power bei dir. Ich hab mal nicht gut vorbereitet. Boah, der hat ne Waffe. Wow, wo haben sie Wumme hergenommen gekauft? Wo ich hier hab. Da. Da. Nee, nicht da. Mexikanisches Karte. Kann ich damit Tacos zahlen? Wir haben noch Gutschein 5 Dollar für Taco Bell. Geht das? Hast du dann die Waffe haben können? Jesus hat mir geschenkt, Gutschein für Taco Bell. Können wir vielleicht tauschen? Wollen sie Taco essen und uns Waffe geben? Vielleicht. Habt ihr euch ne Weste gekauft? Nee. Ich hab zufällig, weil es noch ne andere Waffe. Welche hast du gekauft? Ich mag jetzt ne Presseweste. Was ist das für eine Waffe? Sieht auch entsprechend entspannt aus. Sehr, ja. Bringt die Presseweste was? Was du haben wollen für diese Waffe? Ich hab mir die rausgelassen, die Presseweste nicht dafür haben. Was ist denn die Presseweste? Ich verstehe nicht. Sie müssen etwas lauter reden. Ich kann sie nicht verstehen, weil mein Kopf irgendwie leise. Den Taco Gutschein hätte ich da verstanden. Ja, den Taco Gutschein. Okay, Moment. Hier. Ja. Perfekt. Bergen war grösser als Carryall, ne? SNC ein Taco für mich schmiert. Das ist sehr gut bei Taco Bell. Hab ich gehört. Ja. Diese Aktion wurde deaktiviert. Okay. Ah, da, da. Vielen Dank für diese Waffe und viel Spaß bei Taco Bell. Ich wünsche dir. Danke. Ich hab dir ein bisschen Waffe abgezogen. Paka. Wenn ich Ihnen eine Freude gemacht habe. Tschüss. Uwe, hast du jetzt ernsthaft die Waffe abgezogen? Für Taco Bell Gutschein, Alter. Brauchst du einen LKW-Führerschein? Oder irgendeine Lizenz? Ich hab bisher nur einen Führerschein. Okay, ich auch. Jörg, hast du einen Führerschein schon? Nein. Hans Wusteros. Guck mal, Uwe, da hat jemand den Hut von hinten aufgenommen und gemerkt, dass er eine Scheide ist. Beste, Alter. Jörg, wo bist du? Ich will mir gerade einen Führerschein. Achso, okay. Schließfächer. Was geht hier bei Schließfächer? Hier kann ich mir Karte zahlen. Ja, das geht. Ja. Dann nimm das vom Konto. Sonst braucht man da jetzt nichts, oder wie? Brauchen wir vom Markt noch was? Auch zu uns Haus, was gibt's da? Kannst du warten und sowas kaufen wahrscheinlich. Bisschen essen, ja. Was gibt's im Hornbach? Ah, der hat einen gebüscht und so. Night Vision Goggles. Brauch keinen Schweigen. Alter, der für eine hässliche Idee. Ne, gerade glaub ich, umgefärbt. Ähm, wie kann ich mein Handy aufrufen nochmal? Z. Boah, hier gibt's Strange. Die Gruppe eingeladen. Geil. Alter, hat er sich ein Hemd rausgelassen, oder was? Was? Hat er sich ein Hemd rausgelassen? Oh, nicht nur ein Hemd. Oh, ihr habt den GPS und sowas gekauft? Ja. Echt jetzt? GPS-Tracker, 50.000. Protest-Schild, was? 20.000 Protest-Schild. Mhm. Alter. Oha. Alter, warum rufst du mich an? Was ist das? Da. Hallo. Wie war's? Wie war's? Wir müssen... Wie geht es dir? Wie geht es dir? Boah, wie kann man hier telefonieren? Du alter... Taco, dicker. Wir müssen langsam geht dran saffen. Weißt du... Einfach so aufgelegt? Okay, ähm... Alter. Ablehnen? Habt ihr eine Waffe? Inoffiziell, ja. Ah, guck mal. Ah, hier kannst du Reifen und sowas kaufen. Echt jetzt? Aber was heißt inoffiziell jetzt? Ja, ich hab die von dem abgezogen, Alter. Was heißt abgezogen? Ich hab sie gegen Taco Bell Gutschein getauscht. Ah, hier gibt's Autos. Kaufen wir uns jetzt alle einen Truck, oder was? Erstmal, ähm... Ja, lass erstmal mit einem Truck kaufen. Irgendwie so, dass wir ein bisschen chillen, Alter. Kein Bock auf so ein Megasteller. Das sind 90.000. Alter, was? Ich kauf mal einen Truck, vielleicht zwei Trucks, sozusagen. Alter, was? Wieso haben wir jetzt so ein komisches... Mein Bildschirm ist voll mit komischen... Alter, weil du irgendwas hast, wo du nicht den Ding hast. Add-on. Nee, erzähl nicht. Naja, Alter, was denn jetzt? Wo weiß ich, was das ist? Es steht ein Fahrzeug auf dem Spawnpunkt. Die Kosten für das Ausparken werden dir erstattet. Ja? Ja, bewusst jetzt. Ja, bewusst jetzt. Guck mal, einen Ausweis? Nee. Weil da stand, wenn ich das... Ich möchte mal einen Ausweis zeigen. Wie geht das? Das hieß mit der Windows-Taste. Also, warte mal, viel bessere Frage. Hä, wo kommt denn der scheiß Truck jetzt, ne? Pkw-Verkäufer, Truck. Ah, jetzt hier. Person zeigen. Person zeigen, jetzt? Ja, wie hast du's gemacht? Mit Windows die ganze Zeit rumgesparrt, bis ich irgendwann mal... Dein Dingens gefunden hast. Meinen Personalausweis kannst du mit F2 auch so aufrufen. Deinen eigenen? Ja. Guck mal, wo ich wohne. Mach bitte wieder weg. F2. F10, ja. Okay. Ah, okay, jetzt hier. Das ist unser Truck jetzt. Läuft. Der da? Ja, kann ich den abschließen? Ja. Driver. Ich hab' ne coole Brille. Habt ihr ja eigentlich gesehen? Nee. Da. Sehste. Leder und so ne Brille, außer Uwe. Ja, ich wollt grad' sagen. Wie hat jeder ne Brille? Hm. Okay, warte. Wo gehen wir jetzt hin? Sandverarbeitung, Bäckerei. Gehen wir zum Pfirsichfeld erstmal. Oh je. Oder sollen wir gleich zum Erdbeerfeld geben? Oh mein Gott. Oh, der Erdbeerfeld, da brauchst du Lizenz um Erdbeerkuchen daraus zu machen. Habt ihr euch gesehen? Also Erdbeer-Kuchen ist scheiß Ernst. Komm, dann lasst uns erstmal Pfirsiche machen hier und müssen erstmal reinkommen. Dann gibt's da kein Holz oder so. Ja, dann müssen wir jetzt wegen Lizenzen checken. Warte mal, was gibt's denn hier noch? Wo sind wir überhaupt? Erdbeerfeld. Ja, dann lasst doch die Sch... Ananasfeld, Bananenfeld, Eichenwald hat's da unten. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? In Atira. Rechts oben auf den Kreis kannst du deine Position... Markieren. Ja, dann müssen wir das Ding brauchen. Ah, ja. Ähm... Holz. Oder was? Sag mal, Eichenwald müsste bestimmt irgendwo dann... Dann brauchen wir jetzt Lizenzen oder was? Für Holz. Glaub nicht. Ich hab grad geguckt, weil da hinten gab's nix dazu. Okay, alles gut. Dann fahren wir da mal hin. Nein, warte mal, ich bin grad bei Lizenzen. Ähm... Abschleppbescheinigung. Geil. Erdbeerkuchen-Lizenz, Munitions-Lizenz, Zuchtpern, Aluminium, Glas, Mexikaner-Lizenz, Beton-Lizenz, Ersatzteile-Lizenz, Glas, Diamant, Möbel, Silber-Lizenz... Nein! Brauchen wir aber irgendeine Axt oder so? Schau mal beim Markt. Ja, ne. Uwe, drück mal F8. Alter, was ist das? Das fängt an zu schneien. What the fuck, Alter? Also hier beim Hornbach gibt's keine Axt. Was ist das für ein Scheiß? Markt. Hä? Warte, ich lauf zum Markt. Die Spitzhacke, Bolzenschneider, Dietrich. Ja, das tut auf. Ich würde F8 drücken. Ich glaub, das gibt's nicht. Alter, übel. Verschickt hier alles. Ja, dann lass uns einfach mal riskieren. Was sind Schließfächer? Weiß ich auch nicht, da hab ich nichts gefunden drin. Hm. Alle drin? Okay. Go! Also dann zum Eichenwald jetzt. Eichenwald? Und dann? Na, wie mach ich den Scheiß wieder weg? F8 wieder drücken. Was ist das eigentlich, F8? Drück's. Junge. Geil. Was ist das für ein Auto? Ich hab keine Ahnung. Aber es hört mich auch zu... Warum ist der so laut, Junge? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Also nach dem Holz. Vielleicht müssen wir nirgendwo hin. Gibt's hier Kopfhörer oder so'n Scheiß? Hm. Hallo? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Steht bei einem irgendwo Tasten oder irgendwas. Großer Ferkel connected. Aber was cool ist, auf der Karte siehst du Truck ich. Geht's bei Eichenwald oder was? Ja. Habt ihr hier schon was gemacht auf dem Server? Nee, nur so'n paar Anfänger-Quests. Wie komm ich zu meinen Quests? Ahm. Arbeitsamt. Arbeitsamt, ja. Ja. Ich hab jetzt da links hier alles rausgeschaltet. Die Map ist total überfüllt mit allem Scheiß. Eichenwald. Eichenwald oder was? Ah, ich muss mal checken, ob der mir ein Magazin mitgegeben hat mit der Waffe. Ah, Farmrouten. Normalerweise ist immer eins drin. Oder wir können sogar Tequila machen, gell? Ja, jetzt machen Windows-Taste drücken. Dann muss ich das jetzt hier machen. Wahrscheinlich, oder? Ja, Windows-Taste drücken. Aha. Da stehen alle da wie angewurzelt, Alter. Kannst du währenddessen irgendwas machen oder nichts? Ich weiß nicht. Ich glaub, Windows-Taste tut er nicht automatisch immer sammeln. Boah, der macht nur einmal. Alter, ich glaub, ich hab kein Magazin. Toll. Waffe ohne Magazin. Du musst die Waffe mal anziehen. Hab ich grad gemacht. Sammelt der Bois weiter? Nee. Nee. Also jetzt, nach einer halben Stunde, hat er ein Brett, oder was? Ja, genau. Genau, das dachte ich schon grade auch. Und du kannst nicht mal nebenbei drauf. Ah, alt Windows. Alt Windows. Das linke alt? Nee, ja, das linke. Autofarming wurde gestartet. Ach so, lol. Alles in Windows. Ach so, lol. Zusammengedrückt. Ah, ja. Der Krieg nimmt auch manchmal zwei Holz. Ich hab die ganze Zeit nur zwei Holz bekommen. Wo ist der Rucksack? Wie groß? Ah, ja. Wenn du Z drückst und dann siehst du Inventar, wenn du dann eins nach links gehst. Wenn du dein Handy öffnest. Z? Ah, okay, krass. Ah, okay, nice. Was? 119 von 144. Boah. Ah, du bist scheiß Streben, oder was? 103. 190. Wie viel Holz habt ihr? Also wie viel könnt ihr tragen? Weil ich hab noch Getränke und Essen und so dabei. Ahnung. Autofahren wurde beendet. 18. Ah, ist schon alter. Was? Bei mir tut sich denn gar nichts. Du sammelst doch. Ja, bei meinem Inventory verändert sich nichts. Ja, das aktualisiert nicht automatisch. Also ich hab jetzt 22 Holz. Ich werf dir einfach mal ins Auto. Ja, ich hab auch 22. Ich hab 23. Uwe, du hast das Auto abgeschlossen. Sonst hast du uns keinen Schlüssel gegeben. Ja, aber dann hört der auf zu sammeln. Alt-Windows-Tastisch-Auto-Farmen. Schlüsselbund. Throw away, give keys. You didn't select the player. Hans Wursterino, give keys. Mit U kann ich auf und abschließen. 138 von 144. Und der macht nicht weiter. Du kannst das Holz nicht ins Auto packen. Ich kann es nur dem I-Core geben. Hä? Doch, Fahrzeuginventar. Ah, okay. Ich hab gecheckt. Du musst zum Eichenwald, danach zur Schreinerei und dann zum Möbelankauf. Ja, ist schon volles Auto. 20 Holzpasst rein. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja.